Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal im 2019 Challenge Break mit dem LU und ja, letzte Folge haben wir ähm, ja. Ja, lass mich auch raus, alles klar. Ja. 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 Achso, grüß die Game ist ja auch da. Moment. Ja, ach, ey. Ne. Und da ist die Feuerwehr bei mir vorbei, ich habe einen Band schon ohne Grund und mache unten an der Straße das Ende wieder aus. Ähm, wir machen aktuelle Vorbereitungen, Leute, für das Hexeln. Also, es hat die anderen, ich bin am Arbeiten. Ja, da. Wie will du was? 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 Geh mal weg, Junge. Wer? Ja. Ja, der Nächste geht auf die Seite. Äh, ich bin jetzt fertig da mit dem, äh, mit dem Wickeln. Äh, cool, ja. Wie viel soll ich zahlen? Äh, ich hab mit gesagt, es waren 45 Ballen insgesamt, was ich gewickelt habe. Äh, ne, ich kann nicht gerade wieder in BDA spielen. Ich kann zwar auf einen Hofsteller, das habe ich vermietet. Äh, dann, äh, was ich noch sagen wollte, äh, 50 Euro pro Ballen hätte ich vorgeschlagen, das sind dann 1.250. Warte mal 1.200. Warte mal ganz kurz, was willst du von Ballen? 50 Euro würde ich für einen Ballen verlangen. Also, wenn ich verkaufe, gehe ich 113. Bei einer Spinnerei. Ne, ich schaue nicht. Ich rede jetzt, ich rede jetzt nicht vom, äh, ich rede jetzt davon, dass wir da das Wickeln gemacht haben. Das Wickeln. Ja, aber du musst den Mann, den verschleicht Folien. Wenn einfach der, die schlauer ist als der, äh, Führer. Äh. Sonst machen wir halt 100. Als der, äh, Führer von dem Geschäft. Justin, wärst du mit 75 einverstanden? Nee, was von 75? Komm der, dann mach einfach 50 und leg mich am Arsch. Wie viel jetzt? 1.200. Der Kollege weiß, wie es läuft. Also, also 5.000. Scheiße, hab ich das jetzt richtig? Ja, hab ich. Nein, hast du nicht. Ach, kurz, ich hätte es an Chrissy überwiesen. Nein, Chrissy hat es an dich überwiesen, ja, ne? Ähm, na? Jetzt ja, sagen wir, sonst hätte ich nochmal 1.200. Kasiert. Ja, die ist ja einfach, da hat Chrissy die überwiesen. Hat Chrissy im Endeffekt einen Minus gemacht. Warum ihr jetzt wieder? Komm ich auch. Ja, warum ihr jetzt wieder? Wenn er denn jetzt so gehört, ist es so, hier ganz was zu machen. Du, du? Äh, ne, stopp, du kannst bei Chrissy Sojabohnen, äh, gleich schon, 55. Äh, mir könnte. Äh, mir könnte. Äh, mir könnte. Alter! Ist der Drescher vor Ort? Äh, ne, ist bei uns am Hof. Äh, mit Dreschen. Ansehen. Ah, äh, ja, so, ja, ja, los, okay. Kann ich jetzt nochmal reden, oder? Ja, kannst du. Jetzt hast du wieder als Redekießen, ja. Geil. Jetzt haben wir wieder die Frauenrechte. Ja, bitte. Digga, du kriegst gleich mal Schwulenrechte. Warum steht er, au, jetzt hab ich mir, äh, ein LKW mit Länger weggeschoben, ist das so ein Legitigen gebissen, ja, ne? Ja. Ah, da, 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 da war ich noch mal die Probar. 55 ist noch mal die Probar. Ähm, ja, dann kommt's, dann hol' ne Direktrat bei uns. Okay. Erluuuu. Ja, ja. Treib durch Spiele mal Unkrautspritzen auf Fels. 62 und... Was? Mach ich. Unkraut. 60. Was, wenn du geschreitst, dann muss ich meinen scheiß Blockbienen nicht rausklappen. Hab ich schon bei Chris besucht. Ja, der einfach, der zugeschlafen ist. Welche Felder? Äh, 43 und 62. 43 und 62. Das ist ein aktiver... Top. ...Mitarbeiter. Oh, ne, geh weg. Hab ich ja aufgeschrieben, wenn ich fertig bin mit dem Sehen, dann mach ich gleich das. Äh, nein. Ja, fiesen Kommentar. Nadine, was gibt's? Unfiesen Kommentar muss ich jetzt machen. Was macht eigentlich der andere Mitarbeiter? Män, Junge. Moin, Dominic. Moin. Moin, auf der 30er, da hab ich gegrüßt. Hier, hübsst du mir dann hier auf der Fläche, wenn du fertig bist. Ja, Moni. Einfach von... Ich glaube, ich hab gehört, wenn Männer dürfen mit Hexeln und Geld verdienen, oder? Ja, ja. Ähm... Kannst du sehen? Ja. Ähm, da fragt gerade Nadine, ob sie mitspulen kann. Kannst du? Kannst du? Nee, das nehmen wir immer. Passt. Jetzt am Ende ist es so ein Mann. Kannst du? Muss ich nur auf den DC kommen. Bewerben. Ich hab mich auch nicht beworben. Immer noch nicht. Du hast ja auch den... Ich will eigentlich nicht sagen VIP-Status von früher. Ja. Den sexy Bonus, ne? Nee, sexy schon mal gar nicht. Okay. Also lieb haben wir Bonus, okay. Haben wir uns lieb, okay. Da muss ich mir auf deine... Moin, und bei wem ist dir der Schraubsauger angegangen? Wir haben 8 Uhr bei dem geht der Schraubsauger angegangen. Na geil, na geil. Bruder, V8, Junge. Da geht's ab, Alter. Ich hör den Turbolader, Junge. Ja. Ja, wir haben ja. Mastfolgeschaffter 55 anziehen. Soja-Bohnen. Oder was? Äh, ja, wir haben mal, äh, Motto oben. Sexy Bonus, Lul. Ah, ja. Soll die Crap überreut. Äh, die soll einfach mal auf sein DC gehen und dann... Ja, komm, guck mal auf mein DC-Koch-Mitglieder. Kann die 100 vollbekommen. Ah, eine Frage, äh, an an... Ah, zu, an an... Hey, grüßi. Grüßi, grüßi. Mach mal ganz kurz. Grüßi, guck mal, wie dumm wir sind, wir den einfach durchmählen können. Und auf deine Wiese auskommen. Wow. Jetzt lass ihn doch einmal reden, da. Ja, wo war's, Bruno? Ja. Fällt 55 Düngen auch, oder nicht? Bitte, ja. Weil die SC-Maschine hat keine Düngfunktion, Paz. Junge. Ja, äh, Nadine, du darfst. Laut einem Chef da schon. Ey, jetzt geht's zum Staubsauger auch super drauf. Junge, jetzt kommt mal zum alten Staubsauger an. Was habt ihr alle mit deinem Staubsauger, Alter? Ja, hast du nicht Tobolader gehört? Hast du nicht Tobolader gehört? Hast du nicht Tobolader gehört? Ja, ja, ja. Ah, du bist ja... Ah, sehr, sehr genial, ey. Junge, willkommen in Österreich. Junge, willkommen in Österreich. Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es, wenn Tobolader irgendwo erarbeitet? Kannst du einen Mineraldünger-Bigbag am Hensa hinstellen lassen? Wer, ich? Einen. Ähm... Warte kurz. Abschauen halt. Gut. Ich bin am Kopf. Danke. Ja, Paz, dann ist die Nadine das nächste Mal unser Special Guest. Oha. Ja, sie spielt das nächste Mal mit. Ich hatte mir irgendeinen Spruch über den Namen Nadine. Aber, aber wartet, Justin, nicht, dass sie gleich die Hose hoch geht, ja? Danke, YouTube. Das war mit der Monetarisierung. Ist halt der nicht so. Wir kommen auf Ihre Bestände, ja. Hey, ich mache noch bei Werbung. Das ist wie Nils. Äh, Nadine. Ich glaube, es ist nicht, dass eine gute Idee doch bei uns. Nee, das habe ich... Ja, wobei, das geht jetzt aktuell. Jetzt ist noch nicht Kevin und Felix da. Die beiden würden nämlich... Vorbei. Wobei, Kevin nicht mit, Alter. Nee, hier ist ein eigener. Nein, soll ich vorbeikommen, hier. So ist nicht, Nadine. Die suchen immer Leute. Und ich spenne auch extra Nils in den Keller ein. Vor allem... Vor allem kassen die Ladies. Was? Ich finde es, äh... Jetzt mal... Jetzt mal Realtalk. Realtalk? Ja. Ich finde es, weil ich vielleicht noch... Das ist noch... Ach du Scheiße! Dass es noch, äh... Mädchen gibt, die überhaupt noch... Warte mal, ganz kurz, Freunde. Ich verschlupfe dich am TikTok. Ja, komm. Allerdings ist noch... Einer... Wenn ich rede, dazwischenredet... Der kriegt ein Perma-Bahn. Ein Sperma-Bahn. So. Der kriegt's Klepper. Ja, ich finde es gut, dass es noch Leute gibt, die noch... Spielen, zum Beispiel. Auch mal das andere Geschlecht. Nicht immer das gleiche. Na gut, Nils ist ein... Noch ein anderes Geschlecht, als die wär's. Das ist... Geht kurz Modrechte? Ja. Kann ich jetzt den Discord übernehmen? Haha. Jetzt hast du einen Klick mal auf mich, Lila. Dann klickst du auf meinen Namen und dann machst du mal... Discord übertragen. Hm. Das war Wünsche. Jungs, ist gerade die Feuerwehr da vorbeigefahren oder die Musikbande? Da ist der Turbolader wieder gewesen. Junge. Ja. Du bist also ein Turbolader. Du bist der Turbolader. Ich hab's gehört, Junge. Wuuuuuuuuuuuuuuu. Ich hab's gehört. Ich bin nicht der Räschingegen so zu... An einem Mikrofon, Junge. Du hast gleich verschlingt. Äh, hallo. Das war's mit der... A Monetarisierung. Ähm. Ich mein diese Räschung. Ähm. Ein von Indien. Egal. Bist meinst du das eine Fleck da fertig am Ende? Ähm. Solche Crap war's, Conor. Okay, verstehst du jetzt die Frage. Ach so, du meinst den Staubsauger? Äh. 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 Dominik. Dominik. Dominik, er hat mich an einem Köl an Praktikanten. Es ist ein Praktikant. Er hat mehr Wissen als du und der Chef. Äh. Scheiße. Ach doch, Dominik, wo kann man den Turbolader nicht kaufen? Was für ein Turbolader? Der Staubsauger. Der Staubsauger. Der Staubsauger. Der im Hintergrund war. Hä? Boah, Karnat. Ich muss die nächste Aufnahme wieder weg, Junge. Ich hab halt nichts gehört. Ich hab keinen Turbolader gehört. Oder es war bei Gris im Hintergrund. Hä? Ich hab keinen Turbolader. Ich hab eine Wasserkühlung, du. 31er. Eine Wasser... Junge, was hast du denn für eine Wasserkühlung, Junge? Ich heb deinen PC ab, Junge. Hat er PS4 gespielt? Das ist ein Turbolader, Junge. Den griechst du nochmal extra bei der Wasserkühlung dazu. Hat er im PC PS4 gespielt, oder was? Hm. Ja. Ich hab eine Wasserkühlung. Was willst du bei einer Wasserkühlung? Ähm, Nadine, weiß ich noch nicht. 50 LL-Lüfter. Junge, der Typ hat 50 Autoren, Junge. 50 Meter Durchmesser. Guck mal, ob man aus dem PC nicht schon Flammenkopf kommt. Wahrscheinlich. Also, ich hab auch nicht einmal meinen PC ab. Wenn du mehr bilden hast, kannst du sagen, dass deine Kraft hat aufgehoben. Wahrscheinlich. Ähm, ja, mal schauen wahrscheinlich. Wie sport ist das jetzt? Ah, jetzt ist... Ja, bis 21 oder 22 Uhr kommt drauf vorne. Was willst du denn machen? Was? Was? Na, weil mich gerade ein Ding gefragt hat, wie lange ich noch streamen. Stream? Zu lange. So, hier ist mein LKW. Okay. Der steht hinten auf der Straße, den hab ich schon mal weggeschoben. Der steht einen Meter weiter vorne mittlerweile. Ja, wo steht er? Ach, da vorne steht er. Verkauf nicht bloß so viele Wiesen, genau. Verkauf nicht. Wir verkaufen die danach wieder. Ach so, na gut. Außer du willst die beides pachten. Ja. Dann sind sie natürlich billiger, ne? Na gut. Ähm, ist noch nicht schlimm, wenn ich dann weitestens mal mitnehmen, Chrissi. Alles ganz mehr drin. Du bist im Vorschnitt? Ja. Ja. So, ich fahr jetzt hinten zu der 14, ne? Bei dem kleinen Waldstück. Junge, hat da gerade jemand die Spülung gedrückt oder warum ist das so? War das so? Das ist doch wahr. Das ist halt ein Tobolader 2. Ach, n***a kaum. Der Bici ist schon schlecht, den kannst du nicht mal bringen. Ja, das ist ein Tobolader, was willst du eigentlich, Alter? Kamenik, wie weit bist du mit 10? Forst Arme rundherum. Ah, ist doch so weit. Digga, der ist überschnell. Ähm, wo muss sie jetzt noch mähen? Äh, ich weiß nur noch zu deiner 14. Ähm, warte, ich kann jetzt sagen, wo der noch mäht ist. Es muss noch gemäht werden, auf dem guten Stück ein kleines bisschen weiter hin, neben der 55. Und das kleine Stückchen. Na, Machi, du hast 55, Dingo. Jo. Hast du auch noch 2 Sekunden zu tun. Jo. Aber das war's ja dann schon wieder mit der Folge. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Schaut gerne beim Herrn Kollegen vorbei. Und schaut zur nächsten Folge wieder vorbei. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 Ciao.